cyber connect 2 ach dieses projekt was jetzt kommt solado robo ja das ist ein spiel was glaube ich nicht wenige kennen das nur wenige kennen den ds haben und ja ich werde das jetzt mal anfangen und zum spielverlauf das werdet ihr sowieso sehen wie das jetzt sein wird und das ist ein heptiges spiel zuallererst du sendet bei namen kuban der games in corporation bei in k irgendwas und so war es wird gleich ein paar bugs kommen also kleine grafik fehler wie da oben gleich im himmel auf dem himmel da war kurz einer da ist er schon wieder und da das nur kurz der fehler das ist schnell wieder weg ich sagte schnell ja so das ist gerade mal das intro zum spiel und nun zu den neuesten meldungen das kommt jetzt automatisch muss nichts drücken die westlichen süffert republik wurde heute morgen von einem erdbeben erschüttert man sieht die hunde und katzen oder ja hunde alles die abteilung für unwert inspektion gab gerade bekannt dass das mit dem art mit den anderen leben zusammenhängen könnte die gleichzeitig auftraten die kinder spielen rum ok wir kommen unserem ziel aber ein wenig ziemlich nah hoffentlich lohnt es sich überhaupt sich für eine akte einen auf einen factor zu schleichen das wird jetzt falls du es schaffst falls was heißt hier falls was glaubst du wenn du hier folie hast ein doggie wenn ich erstmal was in angriff nehmen dann schaffe ich es auch das ist der protagonist in diesem spiel das sind die vögel in diesem spiel das ist die sonne in diesem spiel okay gleich beginnt das spiel das spiel wird lange dauern oder eher kurz das kampfsystem ist sehr simpel pro look das erste erscheinen den kompressionen ja als in dem grünen bereich ob er es kann losgehen alles klar die konto der konto 10 keine sorge das ist kein transformerspiel keine sorge viel spaß und sein vorsicht da draußen es kommt mit der kleine grafik bugs mit den wolken aber es ist ja nicht so schlimm die wolken sieht man jetzt zum letzten mal kommt doch ich hoffe nicht im späteren spielverlöp ich weiß noch ein paar stellen wo man das sehen sollte hindenburg jetzt ja gleich kurz was im spiel aber erstmal kurz mit dem robot hier spielen wie läuft es gab es irgendwelche probleme im gegenteil ich habe eine perfekte landung auf der hindenburg hindenburg gelegt der klient möchte dass wir eine vertrauliche aktie wieder beschaffen die gestohlen wurde sie soll sich in einem speziellen raum tief im inneren des frachtes befinden du weißt was du tun hast äh ja überspringen das brauche ich nicht zu erklären also man kann hoch springen man kann absteigen man kann auch schießen glaube ich das war jetzt das mini ähm schießen schießen nicht schießen hier war doch irgendwas mit schießen hallo bisschen schießen okay man kann hoch springen man kann auch so sprinten man kann auch fliegen yeah er kann fliegen okay das war das jetzt also dieses spiel ihr kennt ihr also für die leute die das noch nicht die noch nicht kennt final messenger hat ja ein spiel gespielt wo es um hunde und so alles ging das ist das lehnt sich an dieses spiel an das ist so gesagt ein nachfolger glaube ich mal weil die charaktere aus dem spiel von final messenger kommen auch hier vor und kisten ach was sind das für kisten normale kisten hallo ich muss sie noch aus dem weg schieben ja greifen weg margret dafür geld hier geld kann man später gebrauchen wenn man bestimmte items holen will aber erstmal rein mit uns bist du sicher dass bei der landung nichts beschädigt wurde meint mein roboter den dem da hat ging es nie besser ach tu was ich sage und schick ihn einfach durch okay äh ja das ist dafür das anpassen und so alles ach ja zu dem hier das kommt mir noch später und das hier auch noch später es kommt noch alles noch alles auch keine sorge jetzt kommt unser erster kampf so gesagt einführungssystem hä die tür ist von selbst zugegangen ach und sie ist fest verschlossen jetzt kannst du nur noch vorwärts gehen woher willst du wissen dass sie fest verschlossen ist du bist doch gar nicht da oh pass auf du musst diese einzelnen gesunden ah naja so ganz korrekt wurde ich nicht auf das schiff gebeten aber so oder so bin ich jetzt hier und mich mit du misstkerl du hältst dich wohl ganz für für ganz schlau was kampf beginnen wenn der kampf beginnt wird auf den tatschgen unten links deine lebensleiste erscheinen nimmst du den schaden verringert sie sich wenn die leiste leer ist heißt es geben ober ach geh dich an den gegner ran und drücke den a-knopf in greifen und ja jetzt kommt das nächste tutorial am liebsten werde ich das überspringen aber geht ja nicht dann geht es nein sobald du einen gegner mit dem a knopf gegriffen hast erscheint die hubleiste drücke wiederholt den a knopf um die leiste zu finden und den gegner zu rumzudrehen greife den ungedrehten gegner an und werfe ihn um schaden zu verursachen du kannst auch zwei gegner gleichzeitig schaden indem du mit einem der anderen wirfst so das ist das kampfsystem nix nix anderes das ist echt das einzige was man in diesem spiel machen muss packen werfen packen werfen packen werfen packen werfen wie sie geht um erfahrung zu halten wenn du genug gesammelt hast levelst du auf wenn du auflösen erhöht sich der maximal leben um einen kleinen betrag weiter unten rechts auf den tauschen zeigt die punkte die du bis zum nächsten will befehlen ach glaub ja nicht dass wir kurvas das jemals vergessen werden kurvas sagt er gerade kurvas wo auch mit so einer großen gilde wie den kurvas möchte ich mich eigentlich nicht anlegen hast du aber jetzt so das war das kampfsystem also wirklich das kampfsystem besteht echt nur aus greifen packen werfen greifen packen werfen unsere nächsten gegner guck mal da draußen ich werde verrückt als schlachtkreuzer der kurvas kapitän wir haben gerade ein telegramm von der hindenburg erhalten sie melden einen neuen einträglich diesmal ist irgendein junge auf einem roboter bitte meint ihr etwa den clown da drüben hallo ladies wenn ihr ein stück von meinen scheibenwollt kommt und tritt euch was machst du denn da hör auf treibt sich nicht so ein weißglut ach hunde die bellen beißen nicht was sollen sie schon tun mich abschießen schieß sie auf feuer ach du heilige scheiße sie haben geschossen echt geschossen die haben doch nicht alle tasten im schrank ja 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 so der kampf beginnt jetzt mit der raketen packen und wirft gegen die später kommt noch noch solche missionen und kommst du meine runde und stirb vollidiot jetzt werde ich echt sauer rast du aus stink sauer feuer feuer rüstet ihn weg kapitel grumpf hören sie mit dem wahnsinn auf wir schießen auf den hindenburg kollateralschaden muss beim gefecht hinnehmen feuer sofort ach du wir müssen den idiot ich meine den captain aufhalten meuterei was soll das nimm doch den meuterischen pfoten weg und das war mein captain sieht so aus als ob die kurvas alle pfoten voll zu tun hätten genau wie ich möchte sie mir damit was bestimmte sagen ja du bist so genau wie müsste grumpf das ist der maschinenraum der aufzug funktioniert nicht ich komme da nicht rüber wartet in der nähe müsste ein schalter sein steigt dem robot steigt vom roboter ab und suche nach ihm absteigen und drücken jetzt sind wir alle glücklich ne super das aufzug funktioniert dann kann es ja weitergehen und so da gibt es auch ein paar items was da muss jetzt mensch rein oder als hund eher gesagt ein paar items und gibt es hier ok kann man irgendwas untersuchen ok roter knopf roter knopf drückt drückt will nicht ok ok naja rausgehen mit uns ich kann jetzt schon sagen dieses spiel wird lange dauern weil es gibt das zwei stories wenn man mit der haupt story fertig ist gibt es eine neben story die man auch machen kann mich vielleicht stümstoff hat kammelt zum glück vielleicht ein um einen teil deines lebens wieder herzustellen Manchmal kannst du Fleisch finden, wenn du fester kaputt machst. Ein Fleisch. Ähm, okay, dann muss ich hier raus. Fahr mit dem Aufzug nach unten. Darum sollte irgendwo da unten sein. So. Jetzt rein und da raus. Ich habe schon gehört, dass hier ein... Was steht da? Filin Neko, warum schlägst du die Leute? Bist du der Anführer? Anführer? Wovon redest du? Geh mir aus dem Weg. Äh, nein. Du bist sowieso ein Dummkopf. Er kann auch hochspringen und das auch machen. Ja, der ist ein Dummkopf, weil er auf dem Wohnen das gemacht hat. Was kommt noch mehr? Wie das jetzt? Das ist der Kampf. Das ist einfach ein simpler Mechanismus hier. Warte noch, bis ich wieder auf den Beinen bin. Dann, oah. Das sieht aus, als ob ich nicht der einzige uneingeladene Gast auf dieser Party bin. Dann sei. Sagt der nicht von einem Filin Neko? Jemand war von uns hier. Ich muss mich beenden, sonst schnappt mir noch jemand die Beute weg. Geld! Gleich. Das waren die letzten auch. Jetzt kommt noch eine mehr. Ah, jetzt muss ich bis hin gehen. Mächtige Fallbälle. Ja, komm noch mehr. Komm ich niemals rüber? Hey, sieh mal, da drüben ist eine Tür. Boah, siehst du das eigentlich? Du musst auf der Leiter nach unten klettern. Du kannst leider nur benutzen, wenn du von deiner Roboter absteigen wirst. Nutze die A-Knopf um die Leiter zu... Äh, die denken, ich bin ein bisschen minder bemittelt oder so. Irgendwie... Ist doch irgendwie klar, dass wir mal irgendwie ein Knopf hier drücken. Oh, da fliegt auf einer Stelle. Egal, das ist Taubos. Ein Drilling. Ich hab's doch gehört, dass du durchkommen würdest. Ah, ein Hinterhalt. Ohne Roboter kannst du kein... Ach, hast du keine Chance. Weich dem Gegner aus und such dir einen Weg zu dir. Äh, zu ihr. Äh, zu der Tür. Drücke den A-Knopf, die Fähle-Drück-Pistole zu benutzen. Äh, wird die Gegner zwar auf der Stelle betäuben, fängt aber keinen Schaden zu. Ja, das ist es. Okay, jetzt bin ich durch. Ist einfach hoch. Und ja, wir müssen auch den gleichen Weg wieder zurück. Das sind ganz schön viele Knöpfe. Was meinst du, welcher der richtige ist? Probier sie doch einfach alle mal aus. Der Rote. Ding Dong. Und die Brücke ist erschienen. Jetzt kannst du rüber. Okay, ich muss mich beeilen. Ich hab keine Zeit zu verlieren. Okay. Und wo bist du, Vollidiot? Ah, so ein Dummkopf. Aber ich muss auch irgendwie durchkommen. Okay, so. Nichts immer auf der gleichen Stelle, Taubos. Viel Spaß. Sieht echt nicht aus wie ein Vogel. Sieht ja irgendwie was komisches aus. So, damit hab ich mich das auch geschafft. Okay. Huch, meinst du nicht, hier ging es lang? Das ist aber keine, das ist aber eine Sackgasse. Ich so, so. Ah, sieh mal, da auf dem Boden. Rot und leuchtend. Boah, alles klar. So ein Schalter habe ich schon mal gesehen. Und das heißt, Nun ja, es geht eben an, wenn du etwas Schweres draufstellst, also. So, schau dir geht an, wenn du etwas Schweres wie ein Roboter oder einen Container draufstellst. Ja, drücke den Armklapp. Ich bin noch nicht ein bisschen... Nein! Ich schau auf, die Tür ist offen. Manchmal denke ich echt, das Spiel, denke ich bin ein bisschen dumm oder so. Ich bin noch nicht ein bisschen dumm. Ije, schöner Himmel. Mist, es wird allmählich dunkel. Wenn ich dich sehen kann... Wenn ich dich sehen kann, wird es schwierig, dich dort abzuholen, weil dich... Sprinte, damit du schneller bist. Ja, das hab ich schon gezeigt, verdammte Scheiße, nochmal. So. Und Safeboid. Das sieht aus wie ein Zäpfchen. Hä, was ist denn das für ein Ding? Zäpfchen. Das ist ein Speicherpunkt. Damit kannst du deinen Fortschritt speichern. Einen Speicherpunkt kannst du beim Spielen deinen Spielstand fort... Ach, das ist so. Du kannst von Punkt aus weiter spielen, wo du das letztendlich gespeichert hast. Beim Ausdruck eines Speicherpunktes wirst du deine Linien vollständig wiederhergestellt. Speichern diese Option freizuschalten. Okay. Man kann auch hier bestimmt... Man kann in diesem Spiel Quests machen. Man muss die runterladen, aber... Ich hab ja kein... Äh... Nicht in der DS. Eher einen Emulator. Deswegen wird es schwer. Das scheint es zu sein. Ich bin mir sicher, dass irgendwas hier ist. Und keine Spur von jemand anderem. Ich glaube, du bist der Erste. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich muss noch die vertrauliche Akte finden. Okay, ich mach mich mal auf die Suche. Das ging aber schnell. Hast du was gefunden? Nein, nichts Besonderes. Nur eine Notizseite voller Zahlen. Das muss es sein. Es sollte eine Aktien... Ak... Aktennotiz über Bargeschäfte sein. Na dann. Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich hab die Akte. Okay. Okay. Äh, wo ist die ganze Bonusbeute? Die du vorhin angedeutet hast. Ich nehm mal an. Sie haben alles versteckt. Red, siehst du die Wand dort? Irgendwie erinnert mich hier an die Türen... Äh, ja. Meinst du, die kann man auch öffnen? Vielleicht aber. Dann müsste irgendwo hier in der Nähe... Da, da ist genau ein Schalter wie dem anderen A.O. Aber hier drin gibt es keinen Container. Ja, dann Roboter. Gibt es nicht etwas anderes Schweres, das du benutzen könntest? Wirtschaft! Was ist das für ein... Was ist das da drin? Mhm. Sieh mal nach. Untersuchten. Ja, was es gefunden hat, darf es auch behalten. Das gehört jetzt mir. Ein Amulett? Das ist doch schicker als die Verpackung. Hä? Was ist das für ein Licht? Was ist denn jetzt los? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Keine Ahnung, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht doch genau so an, ähm, wie nämlich hier lange nicht hier sein. Fertig, kämpfe. Okay. Das ist mehrere von denen. Aber das Riesen-Pisch, was ihr gesehen habt, das habt ihr nicht zum letzten Mal gesehen. Nein, nein, nein. Und weg mit dir. Okay, geschafft. Kommt er bloß schnell raus. Das Schiff verliert immer schneller an Höhe. Ich bin auf dem Weg. Rett, beeil dich. Bin auf dem... Entbewusstloses Kind? Was machst du denn da? Komm da, raus! Das Kind retten oder zum Sterben hier liegen lassen? Vielleicht ist es sogar schon tot. Rett! Oh, mächtige Fehlbälle! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.